Musik Angeltechnisch war es auch gut, also die Artenvielfalt war schon mal enorm. Als Highlight natürlich die GTs und davon einen richtig ordentlichen Klopper von über 50 Kilo, die wir alle mal drillen durften, also super Teamarbeit gewesen gestern und unvergessliches Erlebnis, was gestern bei uns auf dem Boot abgegangen ist. Musik Fuck! Ich komme immer! Komm, ich komme, ich komme, ich komme! Ich komme immer! Vor zehn Sekunden sagt er noch Big GT. Hop, hop, hop! Musik Ja! Es ist ein sehr schönes Erlebnis! Drill des Lebens auf jeden Fall. Vielen Dank.